Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Verzeihung, haben Sie mal Feuer? Nein, tut mir leid, nein. Ist aber auch ne Sucht, ne? Du mich hat gerade der Führer angemacht. Hallo, ich bin Max Giermann und ich spiele in dem Film Rubbel die Katz Jörg. Jörg muss sich für die Rolle Hitler den Bart stehen lassen und diese Frisur privat. Und da leidet er natürlich tierisch drunter, weil der kann natürlich nirgends über die Straße gehen oder sich in irgendeine Bar setzen, ohne jetzt angemacht zu werden. Und er ist ja eigentlich eher so ein schüchterner, zurückhaltender Typ und da leidet er sehr drunter. Und das macht's natürlich dann auch seiner Avancen gegenüber Alexandra auch nicht leichter, wenn du immer aussiehst wie Hitler. Das ist eine Rose. Der versteht das ja falsch. Sowas hat er noch nie erlebt. Also einfach, dass er einfach von so einer tollen, temperamentvollen Frau einfach gepackt und geküsst wird. Da gehen die Hormone mit ihm durch und naja, kurz später kriegt er dann auch gleich wieder den nächsten Korb. Du hast deine Rose vergessen. Alexandra, du bist doch wohl gepackt hast oder? Du bist so weit. Alexandra! Du bist so eine starke Frau! Alexandra! Also, ich hoffe, dass alle lachen werden. Deswegen müsst ihr Rubbel die Katz in diesem Film gehen. Rubbel die Katz heißt schnell. Also Karten kaufen und Rubbel die Katz. Viel Spaß! Jungen. Jungen. Vierer. Vierer. Bann. Jungen. Vielen Dank.